In diesem Video geht es um die besten Duschgülle. Der Qualitätssieger in unserem Duschgel-Test geht an das Tabak Original One. Tabak Original authentische, einfach männliche Duftkomposition als Bade- und Duschgel im Vorteilspack. Feuchtigkeit und Schutz vor Austrocknung durch die pflegenden Inhaltsstoffe im Tabak Original Bade- und Duschgel. Maskulin herbe Würze kombiniert mit frischen und warmen, holzigen Noten. Original seit 1959 höchste Qualität Made in Germany. Entdecke mehr. Vervollständige dein persönliches Rasurritual mit dem hochwertigen Rasursortiment von Tabak Original Barbershop at Home, das Bart Shampoo im Conditioner, Bartwachs, Bart und Rasieröl sowie die beliebte Rasiercreme und die Aftershave Lotion umfasst. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist das Old Spice Duschgel. Wenn die Großväter es nicht verwendet hätten, würde diese Marke heute nicht existieren. Old Spice Original ist seit Jahrzehnten der unverkennbare Duft des erfahrenen Mannes. Wie man gut riecht, vertrauen sie den Instinkten der Großväter und verwenden sie das Old Spice Duschgel. Den Duft der Männlichkeit. Umgeben sie sich mit der Kraft des Old Spice Duschgel. Ein erfrischender Schaum, der Schmutz und Geruch zeigt, wo der Hammer hängt. Die Ladies werden sie ansehen wie ein köstlich duftendes Frikadellenbrötchen. Ein außergewöhnlicher Duft für echte Männer. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Duschgel-Test ist das Duschdass Sport Duschgel. Mit Duschdass 2 in 1 Duschgel und Shampoo Sport aktiv und vital in einen erlebnisreichen Tag starten. Der sportlich frische Duft aktiviert Muskeln und Körper und gibt einem die Energie, die es für einen vollgepackten Tag braucht. Durch die innovative Kopfsteh-Technik ist das Duschgel sofort einsatzbereit und sorgt darüber hinaus für ein Dusch das frische Erlebnis bis zum letzten Tropfen. Das Duschgel ist pH-Hautneutral und seine Hautverträglichkeit wurde dermatologisch bestätigt. Damit eignet es sich wunderbar für die tägliche Anwendung. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Da ist es manchmal schwierig, sich so zu fühlen, wie man möchte. Die speziellen Duschdass-Duftkombinationen helfen schon beim Duschen, die Gefühlswelt zu positiv zu verändern. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.